Maria drückte ihre Puppe an sich. Maria drückte ihre Puppe an sich. Maria drückte ihre Puppe an sich. Jungs, seid voller Ambitionen. Jungs, seid voller Ambitionen. Es ist ein heißer Tag. Es ist ein heißer Tag. Du bist völlig nutzlos. Du bist völlig nutzlos. Du bist völlig nutzlos. Er ist in Behandlung. Er ist in Behandlung. Er ist in Behandlung. Tom braucht einen Mantel. Tom braucht einen Mantel. Tom braucht einen Mantel. Ich bin kein Kind. Ich bin kein Kind. Ich bin kein Kind. Ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen. Was betrübt dich? Was betrübt dich? Was betrübt dich? Der Wecker klingelte. Der Wecker klingelte. Mittagessen ist fertig. Mittagessen ist fertig. Mittagessen ist fertig. Mittagessen ist fertig. Tom hat zwei Möglichkeiten. Tom hat zwei Möglichkeiten. Tom ist Marys Vater. Tom ist Marys Vater. Tom ist Marys Vater. Lass uns dort entlang gehen. Lass uns dort entlang gehen. Lass uns dort entlang gehen. Wir fangen morgen früh an. 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 Das ist Toms Handschrift. Das ist Toms Handschrift. Das ist Toms Handschrift. Tom hörte auf zu tanzen. Tom hörte auf zu tanzen. Tom hörte auf zu tanzen. Wart's nur ab. Wart's nur ab. Wart's nur ab. Tom muss gegangen sein. Tom muss gegangen sein. Tom muss gegangen sein. Tom war mein Schüler. Tom war mein Schüler. Tom war mein Schüler. Ohne euch bin ich nichts. Ohne euch bin ich nichts. Ohne euch bin ich nichts. Jemand zerbrach das Fenster. Jemand zerbrach das Fenster. Jemand zerbrach das Fenster. Tom ist ein Tagträumer. Tom ist ein Tagträumer. Tom ist ein Tagträumer. Da ist eine gelbe Rose. Da ist eine gelbe Rose. Da ist eine gelbe Rose. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich werde kooperieren. Ich werde kooperieren. Ich werde kooperieren. Wie war das? Wie war das? Wie war das? Das ist Toms Buch. Das ist Toms Buch. Das ist Toms Buch. Dein Auto ist schnell. Dein Auto ist schnell. Dein Auto ist schnell. Zuhause ist alles gut. Zuhause ist alles gut. Zuhause ist alles gut. Das war großartig. Das war großartig. Das war großartig. Danke für alles. Danke für alles. Ich hing hinaus. Ich hing hinaus. Ich hing hinaus. Ich hing hinaus. Er kaufte einen Hut. Er kaufte einen Hut. Er kaufte einen Hut. Er kaufte einen Hut. Hast du Pizza bestellt? Hast du Pizza bestellt? Hast du Pizza bestellt? Du warst nett. Du warst nett. Du warst nett. Du warst nett. Tom ist nicht angeln. Tom ist nicht angeln gegangen. Tom ist nicht angeln gegangen. Tom ist nicht angeln gegangen. Waffe fallen lassen. Waffe fallen lassen Waffe fallen lassen Beide Kinder wurden bestraft. Beide Kinder wurden bestraft. Beide Kinder wurden bestraft. Tom war unausstehrlich. Tom war unausstehrlich. Tom war unausstehrlich. Tom liebte es zu unterrichten. Tom liebte es zu unterrichten. Tom liebte es zu unterrichten. Tom unterschrieb ein Geständnis. Tom unterschrieb ein Geständnis. Tom unterschrieb ein Geständnis. Thomas ist mein Bruder. Thomas ist mein Bruder. Thomas ist mein Bruder. Maria kann gut tanzen. Maria kann gut tanzen. Maria kann gut tanzen. Tom war stark betrunken. Tom war stark betrunken. Tom war stark betrunken. Dieser Eimer lebt. Dieser Eimer lebt. Dieser Eimer lebt. Dieser Eimer lebt. Tom will tanzen. Tom will tanzen. Tom will tanzen. Sie helfen nicht. Sie helfen nicht. Sie helfen nicht. Er tat das Gegenteil. Er tat das Gegenteil. Er tat das Gegenteil. Ich werde auch kommen. Ich werde auch kommen. Ich werde auch kommen. Das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Tom könnte niemanden sehen. Tom könnte niemanden sehen. Recyceln sie. Recyceln sie. Recyceln sie. Recyceln sie. Es war ziemlich kalt. Es war ziemlich kalt. Es war ziemlich kalt. Recyceln sie. Ich arbeite gerne. Ich arbeite gerne. Ich arbeite gerne. Das ist nicht Liebe. Das ist nicht Liebe. Das ist nicht Liebe. Ich habe Sommersprossen. Ich habe Sommersprossen. Ich habe Sommersprossen. Ich habe Sommersprossen. Ja. Frag ihn danach. Ich habe Sommersprossen. Ich habe Sommersprossen. Wenn sie Sommersprossen sind. Hat er recht?